Hallo Leute, hier ist wieder Radio Cards und heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar ist gerade angekommen meine bisher größte Bestellung von Football-Sammelkarten. Und da dachte ich, mache ich ein schnelles Video dazu, so ein klassisches Unboxing. Ich werde die Produkte jetzt hier nicht im Einzelnen schon vorstellen oder besprechen, sondern zeige euch einfach, was ich mir alles Schönes bestellt habe. Bevor wir loslegen, wenn euch das Video gefällt und ihr in Zukunft mehr Videos dieser Art sehen wollt auf meinem Kanal, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann lasst uns einfach direkt starten, würde ich sagen. Und den Anfang machen zwei Blasterboxen von Mosaic 2022. Mosaic hatte ich jetzt noch nicht ganz so viel ausgepackt, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie die beiden Blasterboxen hier so sind. Und dass ich gleich auch einen vernünftigen Vergleich habe, habe ich mir zusätzlich dazu auch noch bestellt, eine komplette Box von den Packs. Insgesamt zwei Stück sind hier drin. Ja, dann gibt es auch gleich einen schönen Vergleich vielleicht, was besser ist. Blaster oder Packs von Mosaic 2022. So, das verändert dann vielleicht hier mal so hin. Zack, weiter geht es mit Absolute Football Blasterboxen. Ich habe vor ein paar Tagen, da werde ich auch demnächst mal das Video zu posten, eine komplette Box von den 2022 Absolut Value Packs ausgepackt. Und bin natürlich jetzt gespannt, ob bzw. wie viel besser vielleicht die Blasterboxen sind. Schauen wir einfach mal. So, wie gesagt, drei Stück waren das insgesamt von Absolute und die dritte. Dann geht es weiter mit Chronicles von 2021, den Blasterboxen. Die waren im Sale für 23 Euro. Dachte ich, okay, gut, für den Preis, wie viel kann man tatsächlich falsch machen? Da habe ich drei Stück von bestellt. Ich glaube, Chronicles 2022 soll nächsten Monat rauskommen. Von daher wäre das natürlich sonst auch gleich ein ganz schöner Vergleich zwischen den Produkten. Was davon besser ist. Vielleicht absolut wandert man nach hier hin. So, zack. So, das war aber noch nicht alles. Weiter geht es mit Score von 2021. Der Hängerbox. Für 14 Euro dachte ich mir, okay, gut, das musst du auf jeden Fall in den Warenkorb packen. Ich weiß, Score vielleicht jetzt nicht so die allerbeliebteste Linie. Aber wie gesagt, für den Preis, ich bin gespannt. Ich sehe gerade, hier gibt es auch irgendwelche Hängerbox-Exclusives, die man auch ziehen kann. Schauen wir dann einfach mal, wenn es soweit ist. So, drei Stück dann insgesamt auch davon. So, zack. Und mit Hängerboxen geht es dann auch weiter. Prism von 2021. Prism geht natürlich immer. Von der Draft-Klasse bin ich auch ein ganz großer Fan. Von daher bin ich hier schon gespannt. Vor allem auch, wie die Red-Eyes Prisms aussehen. Drei Stück auch hiervon bestellt. Und jetzt wird es langsam etwas knapp auf dem Tisch. Naja, ihr habt es ja gesehen. So, dann kommt das vielleicht hierhin. Und als letztes gibt es noch mehr Hängerboxen. Dann aus Optik Hängerboxen. Fünf Stück davon auch nochmal. Dass ihr es einmal kurz seht. So, fünf Stück. Und ja, das war's. Wie ihr seht, wirklich eine ganze Menge. Und da will ich natürlich nur aber von euch wissen, auf welches Produkt freut ihr euch denn am meisten? Ist es vielleicht Mosaic 2022? Blasterboxen sind es die Mosaic 2022 Packs? Ist es vielleicht Absolut 2022? Oder doch Chronicles Blasterboxen 2021? Vielleicht Score von 2021? Oder Prism? Oder Optik 2021? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten. Abonniert den Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018